... Ja, sie macht eine Radwände aufs Brett, kommt rückwärts auf den Sprungtisch, macht dann ein gestrecktes Alter mit 1,5 Träger. Ich glaube, da war sie sich fast ein bisschen sicher, weil sie stellt den Bein mit gestreckten Bein an und verschreckt den wie. Da schlatschert sie wie eins in den Rücken und muss dann wahrscheinlich ungewohnt korrigieren, muss absitzen, äh, wieder. Wie vorhin der Martinez am...